ja hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play minecraft für die beast und wir gehen in den eter wir brauchen glowstone und zwar soviel wir finden können das war die verkehrte richtung wir müssen raus wie immer habe ich mich denn hier an in richtung fest umgebuddelt hier hinten und dazu ich müsste eigentlich rauf zu finden für für glowstone aber naja runter geht auch erst mal ich gehe rauf zu ich brauche mich ja nicht im netter irgendwie umquälen habe ich keine lust zu lala ich will mich jetzt nach oben und habe nichts zu futtern mit verdammt ich muss noch mal zurück typisch black diese unvorbereitete unvorbereitung so also noch mal zurück und was zu futtern holen wenn wenigstens etwas ist so lalala hier hin lang hier hoch hier in außen ausbau dass ich die wege mal ein bisschen sagt man mal beschleunigen kann verkürzen jetzt nicht unbedingt aber beschleunigen hier ist das körper was ich glaube da wäre schon nicht schlecht ja ich weiß ist kein richtiges körper aber naja mal hin zum buch haben wir wirklich genug muss man sagen wie es ist so ob hier rein wie es ist eigentlich hier aus der macht noch der macht noch dann esse ich halt eben hier erst mal ein paar zombies kaum was soll es ist ja nicht so dass es nicht so ist wie es ist ist es nicht so hier rein hier raus hier runter und dann suchen wir uns mal einen weg aus dieser spawning höhle hier raus in richtung körper und zwar nicht in richtung festung wo es da hinten lang geht sondern hier irgendwo muss ja auch einen weg nach draußen geben wir waren ja relativ hoch entsprechend wo sind wir denn ja ja geht hier runter oder runter oder müssen wir noch weiter hoch um hier raus zu kommen noch nichts weil eigentlich müsste ich ja direkt über einem labasee sein weil ich nur aufpassen dass ich nirgendwo jetzt geht schon wieder bis der her ist schon wieder in der höhle ist auch okay sanft hier runter ich bin erst mal hier den weg noch machen den bogen habe ich nicht mit hier ist nichts doch doch mal jetzt und hier entlang und hier entlang überhaupt die wegpunkte bin ich dann auch erstmal wieder ausschalten aber naja gut ja na toll das hat mir jetzt gebracht das hier war ja jetzt voll der lange weg den wir zurückgelegt haben menu so okay aber hier muss doch irgendwo rausgehen verdammt so immer vorsichtig vor kloppen weil ja wir sind hier halt da kann immer mal irgendwo lava aus der gegend schießen und das will ich nicht unbedingt so und auch immer gucken dass wir nirgendwo drauf latschen also laufen wo wir nicht hin sollten so immer hier da ich ja auf der karte ein bisschen lava sehe werde ich diese mal ganz gekonnt noch ein ausweichen und jetzt versuchen mich hier oben nach unten oben oder unten zu buddeln hier so mal gucken wo wir rauskommen da kommen wir nirgendwo raus wo geht es runter zu und da komme ich gar nicht so weit manu ich glaube aber ich muss nach unten weil ich ja eigentlich schon relativ weit oben bin muss man sagen wie es ist manu natürlich das doofe wenn man direkt in der hülle sparmt einerseits ein sehr schöner sicherer platz andererseits keine ahnung wo es lang geht ne so hier unten was dunkler also müssen wir nach oben eigentlich okay gut zu wissen dann werden wir ja eben den weg nach oben suchen hop 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 ich sehe nicht ich sehe licht ich sehe glowstone das ist schön sehe ich auch irgendwo anderen kloster der vielleicht irgendwo in der nähe ist ich muss aber erstmal hier wo komme ich raus wo man ausgang habe ich schon wieder vergessen ja da ich markieren so das finde ich den nie wieder so jetzt auf jeden fall viel laba so so nein hier hinten ist close oder werde ich wahrscheinlich nicht ankommen bei meinem glück obwohl vielleicht haben wir glück das sieht gar nicht so schlecht aus da komme ich ran sehr leicht sogar sehr schön und so viel brauche ich gar nicht wenn es nicht im ersten moment aber nehmen natürlich etwas zu kriegen können hier das alles weg buddeln klack fein gefällt mir hier also mit nieder hat man glück als ich mit unserem sport allgemein die karte ist schön finde ich eine tolle karte so sieht verraten wir noch nicht weil wegen ja auf jeden fall dass ihr irgendwie durch die gegend sucht und mir dann irgendwas verratet ich meine so viele schauen noch nicht zu aber alle anderen machen das auch so also werde ich das wäre ich doof wenn ich mich nicht selbst an dieser regel halten würde weil noch wie gesagt sind nicht so viele zuschauer heißt aber nicht dass das nicht so bleibt dass das so bleibt so klopp alles mit sehen so klack 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 wunderbar und das war's schon wieder nach unten wieder nach unten pilze gibt es was natürlich wie immer brauchen wir momentan aber nicht beinahe ich habe von wasser einmal mit aber dann nützt mir ja hier nichts in der hölle und runter hier kann ich ja eigentlich mal zu machen ja weil ich jetzt nicht lang und hier lang hoffe ich doch ja wird schon hin haben das ist dass sie hier was da egal glaube ich oder ja doch immer die hoch nehmen wir sie nicht hätten ging es auch zum portal war das nicht hier irgendwo war das doch wurde es dann auch ein anderer weg zum portal war oder ist hier war ich doch gar nicht man muss mich echt mal mehr orientieren zu lernen orientierung ist bei mir 0,00 gar nichts war schon immer so wird auch immer so bleiben das liegt halt auch daran dass ich so ein schlechtes gedächtnis habe jetzt habe ich mich voll verrückt also heute war ich ja gar nicht unten geht es hier wirklich nach oben guck mal hier haben wir auch noch das klo stund sind wir quasi hier oben und da unten war der weg wo wir lang gegangen sind ich erinnere mich naja ein bisschen bisschen zumindest mit der orientierung das klappt noch so halbwegs nicht gut aber naja muss ja auch nicht erst mal ein bisschen was futtern auch wenn zombie vielleicht nicht wirklich nahhaft ist vielleicht fliegt das schon in die lava nein so hopp 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 lalalala also die longfall boots jetzt fühle ich mich schon etwas sicherer jetzt kann ich eigentlich einen sturz nach unten nicht mehr so richtig aufhalten nur noch ein Sturz in die lava davor schützen die logischerweise nicht aber mit unseren neuen latschen bin ich schon zufrieden so ein bisschen was lasse ich hier an der decke kommen wir ja immer noch mal hin außerdem sehe ich dann besser Zack Okay, den Rest lassen wir dran Und dann sollen wir hier mal alles ein, was wir finden können Hopp, 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 liegt oben noch was Jawohl Dankeschön Hier unten Und hier Hopp, hopp, hopp Die Longfallboots selbst Übrigens kommen aus dem Portal 2 Mod Portal 2, kennt ihr ja Habe ich ja auch Let's Blade Auch ein tolles Spiel Müsst ihr einfach mal ausprobieren, wenn ihr es nicht habt Super Ja Den Weg noch mal zu, damit ich weiß, wo es lang geht Wobei ich das wahrscheinlich eh nie weiß Aber das ist ja erstmal zweitens So, hier hoch, dann eben jetzt Bevor ich mich noch mehr desorientiere Ja, okay Passt schon So, hier ist das Portal endlich Und jetzt geht's durch Hopp Juhu Home sweet home Zack, zack, zack Es ist gerade dunkel, aber es ist noch nichts gespawnt, weil wir ja eh nicht da waren Das macht nichts Äh, hierzu Penguin Bevor noch irgendwie großartig was kommt, ein Creeper hat's schon erwischt Aber das macht nichts Aber das macht nichts So, was brauche ich denn als nächstes Äh, ich brauche ein Jetpack, genau Jetpack Damit wir nicht mehr so den Da muss ich mich auch nicht durch den Weg buddeln Eisen, eine Bedbox Äh, ich brauche noch nicht mehr so Und natürlich den Closter Und natürlich den Closter, den wir gerade gesammelt haben Ähm, machen wir erst mal das Eisen Dazu brauche ich ein bisschen Eisen, was geschmolzen werden muss Ich muss wirklich mal eine vernünftige Nahrungsproduktion in Gang setzen So Haben wir das Das kann weiter Maze raten Hier ist durch Ich brauche aber normales Eisen erstmal Nehmen wir gleich mal ein bisschen was Tau das hier rein Zack, einfach so Und dann muss ich hier schon wieder Koks nachfüllen Das hatte ich da auch hier reingelegt Bestimmt da, genau Hopp Rein da Feuer mal nach Den Glowstone lasse ich erstmal hier Ähm Die Bedbox, wie ging die Augenblick Bedbox Holz Ja, E-Batterien Tin brauche ich dazu noch Äh Tin, 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 tin Tin, tin, tin Bin ich auch noch Also haben wir erstmal hier 4 Refined Iron Reichen die? Ja, die reichen Dann erstmal das raus Ähm Brauchen wir das erstmal her Und dann brauche ich Tin Den müsste ich hier irgendwo Gelagert haben Tin, genau Wird dann hier Dann eiskalt mal umgetauscht Hopp Und hepp So, au revoir Genau Hopp Das raus Das geht noch nicht rein Hö, weil Noch voll Ich brauche erstmal ein bisschen Tin Das muss erstmal ein bisschen Maceraten Ich kann mal kurz nach der Tüttel gucken Was die so schönes macht Tüttelchen, Tüttelchen So Oh, die geht gerade nach Hause Da gucke ich gleich mal Dann lasse ich die nämlich gleich stoppen Alles andere ausprobiert Doch nichts hat funktioniert Ist der G plus T Nö, zu spät Mist, ist schon wieder fortgefahren Bleibt doch mal da Mr. E Ja toll Ist E fast fertig Da hättest du auch noch warten können Na, dann lasse ich die hier noch ein bisschen umbauen Vielleicht Ja, guck her Der hat nur zwei eingesammelt Und dann ist sie jetzt hier fertig Das ist sehr schön Weil Die bleibt jetzt hier stehen Das ist sehr gut So kann ich Das bleibt doch mal stehen So, mach mal so Zack Jetzt buddelt die wieder zwei Zwei Filter oder irgendwas ab Und Kriegt nichts weiter hier So Eins Jetzt kann es aber wirklich nichts mehr nachlegen Weil ich ja jetzt auch was reingehauen habe Vor allem habt ihr gesehen Die hat mich gehauen So, Tüttelchen Jetzt ist gut Ne Hallo Hast du mich veralbern? Hast du da noch was reingehauen? So was Bist du doof? So So, irgendwie ging das doch Dass ich die anhalten konnte Ich weiß nicht mehr wie Erst ging der Tee Terminated, jawohl Jetzt bleibt sie erstmal hier stehen Das ist gut So sollte es sein Ähm Später sitzen wir dann in der nächsten Folge Ein bisschen weiter runter wieder Weil wie gesagt Jetzt ist erstmal Aufnahmepause Und da kann die jetzt erstmal hier Pause machen Und Ja Ich schreibe mir gleich mal meine Liste Aha Hier ist So, die kann man ja lassen Ich kann ja Ich habe doch noch Schilder hier Genau Kühlfüller passt noch Solarpanel Ist immer noch in Planung Haben wir immer noch nicht geschafft Schlimm mit uns Also Na gut Nicht mit uns Ich gebe es ja zu mit mir Und äh Als nächstes Jet Pack Scheiß Caps Lock Jet Pack Und natürlich Turtle Dann Wie schreibe ich denn Jetpack Was soll das denn hier Komm Das machen wir auch nochmal hier Jetpack wird ordentlich geschrieben So was Jetpack Und jetzt aber Turtle So Das passt jetzt Dann wünsche ich euch einen Schönen Tag noch Und Ja Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis denn Tschüss